ja hallo grüß euch servus und zwar heute gibt es ein ganz besonderes video heute bin ich am weg nach christen zu meinem freund zu max und wir haben heute eine hochzeit vorbereitet für euch bzw es wird eine hochzeit passieren und es ist eine ganz ganz besondere hochzeit und wir freuen uns schon wahnsinnig darauf wird super cooler tag wird sicher bestimmt ganz lustig ich bin da gerade unterwegs mit meinen zwei mädels desto tag meine zwei mädels und ja wir fahren jetzt darf grästen wir sind so nur an unterwegs und wenn wir dann da sind melde ich mich nochmal und wird heute lustiger tag fremd schon drauf bis später so 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 der erste teil der hochzeit ist einmal überstanden das war jetzt, wie nennt man das, verlobt sind jetzt einmal verlobt sind jetzt einmal jetzt wissen sie einmal wo sie hingehören quasi schöne grüße noch mal am wallach und am hep so so hunde sina kom her loggerna hili hili kom herna sina sina frau bisten sina sina kom her sina fahr sina no sina 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 Wurzrig, gell? Wo sehen wir denn da hin? Wo sehen wir denn da hin? Das ist wirklich wie gemacht Wie gemacht ist das ja? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. So, mittlerweile bin ich wieder daheim angekommen und zwar, jetzt habt ihr mal einen Einblick bekommen, wie das Ganze ausschaut, jetzt sind wir den Wallach, haben wir jetzt in die Planker eingebaut, ja, wir haben dann gestern ein bisschen umgedüftelt, damit die Spinneranformung an die Motorhaube einen schönen Verlauf hat und ja, demnächst geht's weiter bei dem Projekt. Wenn ihr da dabei sein wollt, oder wenn ihr bei anderen Projekten dabei sein wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schaut auf Facebook oder Instagram vorbei, da blende ich euch die jeweiligen Adressen ein, das könnt ihr auch gerne bei Max vorbei schauen, der hat auch seine eigene Seiten auf Facebook, lasst es ihnen auch einen Like dort und ja, ich rufe mir, sehen Sie bald wieder, ciao! Outro